Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. In diesem Jahr geht es um das Thema Sehen und Gesehenwerden. Wir haben in den letzten Videos, ich verlinke euch die gerne mal hier oben, eine Anleitung zu Stratox gemacht. Wir haben das Navigationssystem in dem URL ausgetauscht und auch dazu könnt ihr ein Video hier oben finden. Jetzt ist es aber so, dass zu Sehen und Gesehenwerden mehr gehört als ausschließlich Stratox. Denn wir wollen natürlich auch weiterhin Luftraumbeobachtung machen und da ist es von Vorteil, wenn man sich selbst mit seinem URL so sichtbar wie möglich macht. Und das macht man ja eigentlich mit Stropes, Navigationsleuchten und Positionsleuchten. Ich hatte damals ein System in dieser FK verbaut. Ihr kennt sowas bestimmt. Die Dinger sind regelrecht in den Flügelenden verbrannt. Dann bin ich dem Ganzen mal auf den Grund gegangen und habe so eine riesige Steuereinheit gefunden und dachte so, es kann ja nicht wahr sein. Das wiegt halt über 600 Gramm und macht halt wirklich nur ein paar Blitzlichter. Und dann habe ich angefangen, mich zu erkundigen auf dem Markt und bin damals über die Aero stolziert und dachte mir so, ey, mal schauen, wer hier die coolsten und wirklich hellsten Stropes in LED-Form anbietet. Und dann bin ich bei dem Stand von Aveo Engineering hängen geblieben und war begeistert von der 3-in-1-Lösung. Und zwar sind das Stropes, Navigationslichter und Positionsleuchten in einer. Die Technik ist in der Beleuchtung verbaut. Das heißt, man muss im Prinzip nur Saft drauf geben und zwei Kabel miteinander koppeln, sodass die Dinger sich synchronisieren. Und das war alles und ich bin damit mega zufrieden. Die habe ich mir vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder sowas angeschafft. Das sind die sogenannten Power Burst NG Daylight. Die haben hier vorne im Prinzip die Navigationsbeleuchtung, also auf dieser Seite in rot. Dann haben die hier einen ganz großen Teil Strobe und haben hinten dann noch einmal die Position Lights, die weiß nach hinten leuchten. Da ich von diesen Stropes und Navigationsleuchten wirklich so wahnsinnig überzeugt bin, habe ich Kontakt mit der Firma Aveo Engineering aufgenommen und habe mich mit denen geeinigt, ein kleines Projekt zu starten. Und zwar wollen wir an unserer FK9 hier ein paar Beacon Lights installieren, sodass wir noch besser sichtbar sind. Beacon Lights sind rot leuchtende Lampen und die erste davon werden wir heute in diesem Video installieren. Schaut gerne mal bei meinem Partner vorbei, Aveo Engineering. Neben Navigations-, Positionsleuchten und Strobe Lights machen die auch noch Anti-Collision Lights. Die machen Landing- und Taxi-Lights. Dann machen die diese Wigwag-Lights, sind meistens an den Flügeln verbaut und im Landeanflug blinken die dann abwechselnd. Das ist eigentlich mit so die höchste Sichtbarkeit, die man glaube ich erreichen kann im Landeanflug. Dann haben wir noch Recognition Lights. Das sind im Prinzip weiß blinkende Beacon Lights, die so mehr oder weniger als Strobe funktionieren und als Anti-Collision Light. Dann haben wir Tail- und Rudder Lights. Wir haben Winglets und Wingtips komplett mit integrierter Beleuchtung. Es gibt Interieur, also Beleuchtungseinheiten mit Touch-Panel, wo man im Prinzip die Beleuchtungseinheit selbst mit Touch-Control bedienen kann. Also das ist auch richtig nice. Und dann gibt es noch dazu sowas wie Accessoires, also so Lüftungsdüsen, die ganz schick aussehen. Ein Blick auf die Website lohnt sich, insbesondere aufgrund der ganzen Beleuchtung. Schaut euch das einfach mal an. Link unten in der Beschreibung. Mir wurde eine kleine Auswahl, was heißt eine kleine, eigentlich eine ziemlich große Auswahl an Lampen zugeschickt. Und ich habe mich entschieden, dass wir unten unter dem Flieger die Red Baron Mini Daylight verbauen und zwar in rot. Das heißt unter dem Flugzeug wird es demnächst rot leuchten, sobald der Main Switch eingeschaltet wird. Obendrauf verbauen wir mal etwas ganz anderes und zwar was stromlinienförmiges, also ein stromlinienförmiges Beacon Light und zwar das Supernova FS Daylight. Ich bin schon echt extrem gespannt, wie das nachher aussieht und ob wir das da richtig schön drauf genagelt bekommen, aber sollte eigentlich gehen. Und das dritte, was ich gerne machen würde, ist dieses UL noch mit einem Landing Light auszustatten. Dafür haben wir das Acceleron Daylight. Da muss ich aber noch ganz genau schauen, ob wir da tatsächlich die Befestigung vernünftig hinkriegen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, gehen die Lichter zurück. Sollte es der Fall sein, werden wir das auch noch installieren. Da liegen wir schon in der FK rum und ich würde sagen, ich fange hier einfach mal an, das ganze Zeug rauszuräumen. Also Sitze müssen zuerst raus, Sitzschalen müssen raus, Polster müssen raus. Alles muss raus, sodass wir quasi den nackten Boden der FK 9 sehen und dort anfangen können zu arbeiten. Ich lege mal los. Raus. 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 Alles raus. Alles raus. Alles raus. So sieht das Ding ziemlich blank aus. Wir nehmen jetzt dieses Ding hier raus, nehmen diese Sitzschale raus, diese Sitzschale und dann können wir im Prinzip schon den Boden der FK 9 sehen und können dort weitermachen. Und da es ziemlich warm ist, ziehe ich erstmal meine Jacke aus. Da ist das Teil. Wir haben, wie gesagt, die Sitzschalen aus der FK rausgebaut. Die Rückwand ist draußen, das heißt, wir können wirklich hier auf die nackte Konstruktion gucken. Hier seht ihr, dass hier schon einige Leitungen verlaufen. Und das hier ist die Leitung, also diese weiße Leitung hier. Das ist die Leitung, die ich schon verlegt habe, um eben diese ganzen Beacon Lights zu installieren. Das heißt, dieses hier hängt im Prinzip hinter einer Sicherung und hinter Main. Das heißt, wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird, dann würden die Beacon Lights eben blinken. Als allererstes zeige ich euch natürlich erstmal das Licht selbst, das wir jetzt unter dem Rumpf verbauen werden. Da ist es schön klein und handlich richtig nice. Wir haben hier einmal die Kabelfarbe Gelb. Gelb ist für Plus. Schwarz ist Ground. Das heißt, das geht auf Masse. Und blau ist nachher der Sync. Das heißt, wenn wir ein zweites Beacon Light dieser Art installieren, dann müssen wir die blauen Kabel nachher miteinander verkabeln, sodass diese Lichter sich dadurch synken. Man kann das auch noch mit den Positionslichtern im Prinzip synken. Aber man muss darauf achten, dass für den Sync alle Lampen mit Strom versorgt werden, damit die sich überhaupt synken können. Und das zweite Ding ist natürlich, dass wir eine eher natürliche Blitzabfolge haben wollen. Das heißt, es soll nicht alles gleichzeitig blitzen, sondern die Stropes außen, die dürfen ruhig in anderen Abständen und in anderen Intervallen blitzen wie die Beacon Lights, sodass wir im Prinzip eine höhere Sichtbarkeit dadurch erreichen. Die Kameraposition ist für mich auf jeden Fall denkbar schlecht. Also ich kann sehr wenig mit euch reden, aber ich habe euch ja erzählt, was wir machen. Ich zeichne einfach mal an und ihr werdet schon sehen, was ich da mache. Es geht ja alles von dem mittleren Loch aus. Das zeichnen wir als erstes an. Dann haben wir davon 20,5 nach vorn. Und wir haben ein weiteres Loch, das 14,3 von der Mitte entfernt ist. Komme ich da gut dran? Da kommen wir dran, da kommen wir dran, da kommen wir dran. Ideal, das ist ja wichtig, dass wir an alle Bohrlöcher auch vernünftig drankommen. Denn wenn wir jetzt eins bohren würden und dann feststellen würden, so, oh scheiße, da kommt der gar nicht dran, dann hätten wir ein Loch im Rumpf, was wir nicht mehr benutzen. Das wäre etwas tragisch. So, ich fange mit dem kleinsten Durchmesser an und bohre erstmal alle Löcher vor. Nummer 1 Nummer 2 Und Nummer 3 Damit haben wir drei Löcher vorgebohrt und die würden wir jetzt auf die entsprechend benötigte Größe bringen. Das heißt, wir haben hier einmal das Loch für die Kabeldurchführung. Das werden wir jetzt auf 8 mm bringen. Dann haben wir in der Mitte das Loch für die Schraube. Das werden wir auf 6 bringen. Und das hier bleibt auf 4 bestehen. Wir haben drei Löcher im Rumpf und können im Prinzip das Positions- bzw. das Beacon Light durch den Rumpf durchführen. Und das werde ich jetzt mal von unten versuchen. Vom Prinzip her steckt das Licht schon. Ich habe die Kabel durchgeführt und jetzt muss es eigentlich nur noch verschraubt werden. Bei dem ganzen Spektakel hier handelt es sich um eine selbstsichernde Mutter. Das heißt, wir müssen da keine weiteren Vorkehrungen treffen. Oben mit einem 8er Schlüssel festziehen. Unten halte ich mit einem 3er Inbus dagegen. Die Installation ist rein theoretisch fertig. Das Ding im Sitzen bombenfest im Rumpf. Ich werde jetzt als allererstes das blaue Sync-Kabel auslassen. Denn wir haben ja die zweite Leuchte noch nicht installiert. Und werde einfach nur Plus und Minus hier an das gesetzte Kabel setzen. Und dann schalten wir den Hauptschalter Main einfach mal ein und schauen, ob da was blinkt. Auch das ist erledigt. Mit Vago-Klemmen ist das ja ziemlich einfach. Verlinke ich euch gerne mal unten in der Beschreibung. Vago-Klemmen ist das Geilste, was es in der Elektrik eigentlich gibt. Und ja, jetzt geht es darum, einmal zu testen. Und wie man sieht, da leuchtet was und zwar richtig ordentlich. Guckt euch das an, wie hell dieses Licht ist. Das ist nicht normal. Es ist einfach nur ultra hell. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall ein Sicherheitsvorteil. Also absolut Gewinn bringt das Ding und absolut zu empfehlen. Ihr habt es gesehen, es ist mega einfach zu installieren. Also wirklich einfach nur die Kabel durchführen. Dann diesen einen Pin da durchführen, der das Ganze so ein bisschen vor Verdrehen sichert. Und dann mit einer selbstsichernden Schraube einfach festziehen und das Ding sitzt. Das Ganze ist natürlich abgedichtet mit einem Gummi von außen, dass da von unten quasi kein Wasser eindringen kann. Und ja Leute, das ist die Installation des ersten Beacon Lights. Ich bin ziemlich zufrieden, muss ich jetzt schon sagen. Es ist mega hell. Wir werden das natürlich nachher auch nochmal draußen hinstellen und dann mal schauen, wie das mit beiden Leuchten aussieht. Und im nächsten Beacon Light Schrauber Video werdet ihr dann sehen, wie ich das andere Licht oben auf dem Dach anbringe. Also Leute, ich wünsche euch Always Happy Landings. Ich wünsche euch Always Three Greens. Wenn ihr ein Retractable Gear habt, nur dann. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Schaut auch bei meinem Partner Aveo Engineering vorbei. Ich verlinke euch das alles in der Beschreibung. Richtig geile Lampen, sage ich aus voller Überzeugung. Ich habe die Position Lights damals selbst gekauft und bin immer noch nach wie vor absolut überzeugt davon, dass das somit das Beste auf dem Markt ist. Schaut es euch einfach mal an und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao mit V. Warum mache ich so eine Scheiße so alles? Klar, wie ich bin komplett wie so ein Rapper. Das sind einfach nur zwei Schauben. Jo, Schauben. Klar, das ist mit Schauben fest. Das ist wie eine eher unnatürlichere, ne Quatsch, genau das Gegenteil. So Leute, die Kameraposition ist für mich denkmal, äh denkmalgeschützt. Genau, die Kameraposition ist auf jeden Fall denkmalgeschützt. Ciao mit V. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020